Hallo Jönnöchen und herzlich willkommen hier ist euer Gitarre von Felpel. Ja, das ist ein ganz spezielles Video und zwar ist das ein Jahresrückblick 2021. Ja, wie ihr wisst ist bald 2021 am Ende und wir nähern uns zu 2022 und ja, Mania 2021 war, naja, so die aktuellen Situation wie Corona und ja, auf jeden Fall ging das ja mal, also ja, hab für euch ja Livestreams gemacht und auch Videos aufgenommen auf meinem Game PC und ja, das wird auch weiterhin stattfinden und ja, und ja, was soll man so großartig denn sagen, ne? Ja, hoffen wir mal, dass auch 2022 ein Jahr wird, wo ich ja, weiter Livestreams mache mit ähm, Fortnite oder mit GTA, okay, ja, GTA Online ist so, ähm, naja, hier nehme ich nur selten auf und, aber das, ähm, GTA Teologie, das Neue, was rausgekommen ist, ja, das, äh, das, äh, wird hoffentlich nächstes Jahr ein Projekt sein, ne? Ähm, ja, ist ja getestet, ne? Erstmal, ne? Und, ähm, ja, ja, wenn ich sage, dass ich euch schönen Grüße auch von Ivan Bra und von Luke ein Hörbeck hier sagen, ja, die wünschen euch auch ein frohes neues Jahr, ne? Und, ähm, ja, mehr habe ich auch zu sagen, ähm, ähm, trotzdem auch die letzte Zeit, ne? Wo wir dann jetzt dann haben, ne? Also, gleich ist ja 20 Uhr, ne? Dann sind wir noch vier Stunden, bis 2022 ist, ne? Ähm, ja, ich beende auch mal das, ähm, Video. Wenn euch das, äh, Jahresrückblick, ähm, 2021 wieder gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben reinpacken. Ihr könnt mich gerne weiter abonnieren, falls ihr mal einen weiteren Videos auf keinen Fall verpassen wollt. Schaut auch bei Ivan Bra vorbei und bei Luke ein Hörbeck, die freuen sich und, ähm, ähm, ja, genieße letzte Zeit, 2021 und, ja, wünsche euch ein frohes neues Jahr, haut rein und schön mit Öl.